Was geht ab, Leute? Wir zocken wieder, TTT, mit den üblichen geilen Gamern. Und zwar... Und zwar Dallus. Hallo. Goro. Oh, ich bin geil. Grenz. Yo. Kondran. Lies mir jetzt nicht vor. Moin. Maxi. Hallo. Nephi. Ja, ich brauch auch ne neue Hose. Nils. Hallo. Tautau. Fisk. Servus. Und ich, Julie Wörsel. Hallo, Julie Wörsel. Hallo, Julie Wörsel. Julie ist natürlich auch ne geile Gamerin. Ja. Bin jetzt auch da. Das geht so. Kannst du deine Flirtversuche ein bisschen subtiler machen? Ich hab ne Freundin, eigentlich muss sie nicht flirten. Na und? Gerade nicht, aber man muss sich auch immer in Schuss halten, Nephi. Man muss sich auch immer das Warm halten, ne? Ja. Man muss immer in Übung bleiben. Habt ihr so einen Ort auf deinem Rechner gefunden, Plan B. Plan B. Nephi, du lebst halt noch den Spruch, Hunger holst du mir sie auswärts, aber Geissen wird daheim, gell? Was? Ich hab ihn verstanden. Ja. Ich hab verstanden, was er sagen will. Er hat gesagt, Hunger holt man sich woanders, aber gegessen wird daheim. Der altbekannte Spruch. Da hat die Tasse. Die Tasse. Julie macht das nämlich auch mal so. Die Tasse. Was? Wie? Julie holt sich bei uns immer den Hunger und dann geht sie. Was? Wieso bin ich gerade so hochgeflogen? Ach. Das ist so, ja. Die gerade Montags und Sonntags hat die mir sehr besonders hochgeflogen. Also mit großem Appetit. Jesus. Sehr großen Appetit. Und die nächsten fünf Tage über gibt sie sich dann. Ich hab ein Dürmskin gelegt. Ja, ich glaub auch. Ich glaub, Nils ist... Nils, was hast du gemacht, du Mörder? Ich hab Corona aus dem Fenster geschützt. Mörder, mach ich auch so immer. Julie, solange es keine Alzheimer-Polemie ist, ist das alles in Ordnung, oder? Ja, noch ist alles gut, ja. Aber da krieg ich mal einen Schaden, Nils. Geil, ich bin... Du kennst das nicht? Wie kriegst man einen Schaden? Du frischst eine und schreibst dann. Alzheimer-Polemie ist, du frischst eine und vergisst es zu schreibst. Ja, ja, ja. Oh Gott, Friendship, Friendship. Friendship. Fisk ist es. Mach mir fantastisch. Ja, ich bin. Bild am Musik, oder was? Fisk's Law ist das. Der ging doch fast auf mich. Der kam von mir. Hallo? Der ging nicht auf dich, Freunde. Wie viels ist es? Fisk-Hack. Ich hab gesagt, es ist Fisk. Damit bin ich safe, auch wenn ich jetzt Nephi in den Rücken schieß. Das war wieder so... Ich nehm übrigens so eine Sign-Hack. Das war nicht Wendem, er stand da in der Ecke und hat den da gerade in die Tasche gepackt. Welcome to Snowtown. Oh, man kann ja ein bisschen gleiten. Cool. Ich bin Fisk. Ich mag... Aber wir können nicht rennen. ...Snowtown nicht so gerne wie... Hat einer den Fischigen. Fisk. Ja, das hab ich doch erst auf den Boden. Fisch. Ich hab den anderen. Fisch. Ich hab seine AWP. Was ist hier passiert? Geh dich nicht an. Okay. Hey, hey, go schieß auf mich. Tanze, tanze. Tanze, tanze zu dir. Ne, tanze mal mit dir. Ja, die hat auch von Fisk. Tanze in die ganzen Nacht. Du hast jetzt sogar den ganzen Raum genoscopiert. Übrigens ist Nils... So ist so. Ey, ich hab nicht geschossen. Ich bin ein Schneemann. Ey, geil, da kommen wir ja. Immer im O-Town. Wer war das? Snitten. 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 Die Stadt heißt jetzt Snitten, Leute. Fisk kann es widerlegen, aber ich konnte mich auch... Snitten. Nephi hat... Oh mein Gott, Nephi hat gesehen, dass wir das Stadtschild koordiniert haben. Hier ist ein Schneemann. Lauf, Doro. Das war schon so... Ey, ich hab mich auch grad auf dem Schneemann gesetzt schon. Diese Jugend, die hier rumsprayt. Sprayt nicht. Oh, guck mal, hier ist Juli nachts aus dem Haus. Oh, Koro, das war ich nicht. Ich hab dich nicht geschubst. Juli? Was? Ich bin ganz oben. Ey, wie ist er da rausgekommen? Juli hat sich hier rausgehangelt. Hier ist noch ein bisschen... Oh! Wow, es ist Maxi. Wieso, wieso, wieso? Der ist doch von oben runtergefallen, du Vogel. Achso. Nein, nein, auf ihn wurde doch gerade geschossen. Der ist doch gerade von oben runtergefallen. Der wurde erschossen mit nur Shotgun. Ihr wollt ja auch, aber ich hab doch keinen Shotgun, du. Guck mal an. Ja, ich bin zurück. Ich hab keinen Schuss gehört habe. Du kannst meinen Zee anschießen. Also, Doro confirmed. Da ist er. Mit drei ist es. Stimmt, wir haben drei Trader. Sehr gut. Gut. Ist er denn? Da ging jemand aus dem... Ja. Dead Ringer. Das war relativ weit weg. Guck mal, wie schnell ich bin, Nefi. Alter. Ich hab Goro wieder geholt. Goro, Fass. Nein! Dalo hat wiederbelebt. Wen? Wieso ist er nicht gestorben, Mann? Hallo? Er hat einen AWP-Schuss abbekommen. Oh, ey, ein gang-echter Gangster-Win. Goro, pissen sie sich? Da hat jemand gesiffelt. War auch ich. Achter, Goro, er ist noch im Dead Ringer. Halt! Ries, Klingheit. Ah! Oh! Der Goro holt die Runde. Ich glaube es nicht. Das ist doch physikalisch unmöglich. Easy peasy. Aber er braucht da auch zwei Versuche dafür, der Goro. Der Goro wiederbelebt habe. Ja, ja, das war gut. Mehr Leute getötet als Spieler auf dem Server. Nefi wunderte dich, wenn die Runde aussehen würde. Und wenn du die AWP weggepackt hast, du hast auf jeden Fall was weggepackt. Ich habe die AWP weder in der Hand gehabt, die Runde, noch habe ich das Wünsche in der Hand gehabt. Aber der Spruch, der ging fast auf mich, hat schon gereicht. Hallo? War hinter diesem scheiß Haus. Und im Nachbarhaus ist er eingeschlagen. Hallo? Ich sag doch, dass das Fisk war. Im Nachbarhaus wird eingebrochen. Die haben fast bei mir eingeschlagen. Ja. Das ist dann so ein typisches Bild-Zeitungs-Interview. Ja, man kann. Die haben die Einbrecher gekannt? Ja, die waren ja fast bei mir zu Hause. Henry 23 berichtet. Die Einbrecher waren fast bei mir zu Hause. Ich wohne in der gleiche Innenstadt. Das hätte ihr Interesse. Fisk zu ärgern, der kann doch nichts für seine Ausdrucksweise. Fisk war auch bei den Anschlägen von Paris vor dem Fernseher. Ey. Wir waren in Attentat. Fisk hat mich angeschossen. Ach, tut mir leid. Du hast irgendwas weggepackt, tut mir leid. Ey, Efi hat irgendwas weggepackt. Ekelig. Der Friendship war von Efi. Oh, der ging voll auf Efi. Der ging fast auf Nefi, Leute. Das war mein Haus. Da siehst du, ich. Ich hab ihn angesagt. Das ist der Nefi. Und Julie auch. Sie schießt nicht auf ihn. Wo ist er denn? Ich hab ihn getötet mit Neil. Gar nicht, das ist Lüge. Ich hab den gerade erschossen. Er hat ihn getötet, glaube ich. Nee, getötet habe ich glaube ich nicht. Nee, Intervention. Weil ich musste nachladen. Du hast nicht einmal geschossen. Doch, da ist noch einer tot. Ach, verdammt. Dalu, safe. Dalu hat er auch getötet. Juli hat jemanden gekillt gerade. Wer war das gerade? Maxi, dass er mich getötet hat. Oh, wahrscheinlich. Leute, Juli hat einen gekillt hier. Maxi. Oh, wahrscheinlich. Nein, 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 Maxi. Warte, jetzt ehrlich. Nee, Juli hat Maxi gekillt. Aber dann noch den Friendship gezündet auf den Spielplatz. Was hast du gegen Kinder, Juli? Was hat Maxi gekillt? Dir getan. Was hast du gegen Kinder? Ja, in einer vergangenen Zeit. Oh! Jetzt redet Maxi auch noch, obwohl er tot ist. Das ist ein Regelverstoß, eindeutig. Strike 1, Maxi, für dich. Oh, Maxi war echt tot. Aber Maxi hat schon drei. Bei anderthalb ist so raus. Ist jetzt Juli frei zum Abschuss, Nils? Nein. Warum sollte sie vielleicht schon mal... Weil Goro bei Gerüchten streut und ich habe gehört, Dalu und ich sind safe. Das habe ich doch genau gesehen, wie sie ihn umgelegt haben. Hey, warte mal, dann können Juli und Goro sich doch wirklich duellieren. Weil Dalu hat doch einen gekillt und ich habe mit auf Dings geschossen. Da oben, sie schießt auf Goro. Granate! Nein, ich will es nicht. Wir sollen uns doch duellieren. Ja, jetzt ist Goro tot, dann ist es sie auf jeden Fall. Nein, ich will es nicht. Ich gehe hinten durchs Fenster, Leute. Ich habe mit drauf geschossen vorhin. Kunran, sei ein guter Kopf. Du schießt nicht auf mich. Ja, und? Das hat sie letztens auch nicht gemacht. Goro lebt doch noch auf dem... Da musste ich Fisk machen, bevor er mich noch weiter runter schießt. Ey, kollateral, Leute, ich lebe mir raus. Das war sogar der Richtige. Ja. Also, was weggesteckt. Kommt hier, Juli, dann einfach gekillt. Ich habe ihn gekillt. Nein, ich. Und Maxi stirbt. Jetzt weiß Maxi, dass er mich gekillt hat. Das wusste ich auch schon so. Ja, aber Juli hat wirklich... Weil Grants gerade in meine Richtung geguckt hat in dem Moment. Nein, Maxi ist an meinem Fels gestorben. Aber ich habe wirklich mit drauf geschossen, Maxi. Du hast Goro nicht gekillt. Ich habe dich halt nur in meine Richtung gesehen. Leider. Deswegen war ich so ein bisschen... Oh, oh, Grants ist es auch. Ich habe den Zähl schmack Goro jetzt, wenn ich Traitor bin. Wenn ich Traitor werde, dann boxe ich einmal Nephi an und rennen dann weg. Wer von uns Traitor ist, muss schießen. Grants war voll der Boxer. Ich habe Goro angehauen. Ich habe Nephi leider nur geschubst. Er lebt noch, er lebt noch. Alles cool. Hallo, ich möchte in meine Dusche schießen. Goro ist... Weil man in diesem Spiel stirbt. Früher oder später sterben wir alle Grants. Hallo, Trudy. Hallo. Aber heute Nacht stirbt man. Hier hat wieder jemand... An der Uhr gedreht. Nein, ich will wieder zu... Sntn. Sntn. Da war gerade Danutown. Welcome to Sntn. Goro macht Fenster kaputt. Er könnte sein. Death by Snoo Snoo. Macht nicht gleich kaputt. Snoo Snoo. Oh nein. Willst du Snoo Snoo? Nein, das ist eine Bombe. Goro. Wat? Ja, sieh. Also jetzt wird es lächerlich. Was ging nicht? Echt? Ich habe was gegen... Was denn? Rents, warum losst du hinter mir her? Ich bin gerade durchs Fenster gekommen. Ja, ja. Das ist ein Iglo hinten. In der Ecke. Goro. Du darfst doch nicht auf den Spielplatz. Doch. Oder steht da ein Schildhunde verboten? Wow. Den hast du auch irgendwie damit erzählt. Auf jeden Fall der Iglo, ey. Was ist denn da? Hier ist die Map vorbei. Oh, hier unten liegen Waffen. Was ist das für eine riesige Map? Die ist echt groß, wenn man da weiter rausgeht. Aber der Iglo lohnt sich überhaupt nicht. Raus vom Walde kommt daher. Da sind nur Fischtäbchen drin. Da kann sich im Iglo verstecken. Es ist ja auch Kappen-Iglo. Wo kannst du dich schicken? Kannst kaputt machen. Warum ist Fiskurrt? Ist doch nicht Traitorfall oder nicht? Julie, ihr macht... Das stimmt nicht Traitorfall. Julie? Da sind... Guck dir mal das Dach an. Das kann wahrscheinlich zusammenbrechen. Da sind überall so Zacken drin im Dach. Ich geh einfach da durch. Aber ich seh dich dann nicht da drin. Nee, da drüben sieht man nix mehr. Grüß euch, Leute. Tartor oder Trader hier. Jetzt kommt... Warum seid ihr alle so fern ab dem Schuss? Wir sind alle fern ab vom Schuss, dann bist du fern ab. Wir sind bei Captain Igloo, ey. Geh dich gar nix an. Ey, woher weißt du nicht, dass wir alle fern ab vom Schuss dann nimmst? Weil er Detective ist. Ah, sie kommt zu meinem Haus. Nefi hat fast bei mir eingebrochen. Ich werd jetzt bei Grants angebrochen. Ich hab fast reingebrochen, das ist ekelhaft, ey. Was ihr wollt so gucken, was du durch die Wand kommst? Es ist Goro, 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 Goro. Wo ist er? Ihr wart doch grad bei mir, Nefi, oder nicht? Ne, nicht, schau mal, du hast dein Auto aufgestürzt. Wo? Ja, hab ich gesehen. Glaub, Nefi ist tot. Aber dreimal Goro sei... Was? Hey, warte, ich glaub... Juli hat grad Dalu gekillt, jetzt ohne Witz. Nein, nein, nein. Traust dir zwar nicht zu, aber... Ich weiß es nicht. Soll jetzt nicht böse klingeln? Ja, ich weiß, weil er nicht böse klingelt. Ja, hier war auch grad ein Zeilen. Ich bin noch auf der Suche nach Goro. Er hat mich so ein bisschen überrascht gerade. Wer ist da hinten, das? Gronan, Juli. Sorry, Nils, ich find dein Leiche nicht. Wo bist du hier? Gronan, wir müssen zusammenbleiben. Bist du unten? Da oben ist Kun dran, Juli. Ja, bin ja. Wo hast du das mit Kun dran? Er könnte es sein. Du hast ihn ange... Du hast ihn... Ich hab ihn nicht angeschossen, ich hab ihn erschossen. Juli und Gronan, eskalieren. Es eskaliert, Fisk. SM kaliert. Ja, Fisk, hast du gleich noch nicht gesehen, oder? Welche Leiche? Er hat die Leiche nicht gesehen, Max. Max, er hat die Leiche nicht gesehen. Hat er die Leiche nicht gesehen? Los, den fangst du nicht. Bleib stehen, Hörbe. Ich hab Goro, also... Bleib stehen. Oh, was? Das muss ich jetzt erzählen. Oh, er hat mich erwischt. Ich bin wieder da. Was kämpft ihr denn alle so schnell, ohne überhaupt einen Namen zu sagen? Na, ich war doch so bekannt. Goro war doch bekannt. Ja, Goro, aber Fisk und Rance, ja, dann auch von Juli. Ich hab Fisk und Juli. Wir bleiben zusammen. Gar nicht. Fisk wird immer confirmed. Ich wurde mit einer Sinus-Sniper abgefertigt. Goro, du färgst. Haha, Traitor's Fade. Rance wollte einfach nicht sterben. Da wollte ich nicht, Juli. Hatte ich was dagegen, leider. Hm, und Fisk auch. Fisch. Fisch. Ich hasse diesen Fisch. Ich wurde auch den Fisch. Oh nein, ich bin ihm dann noch gefallen. Aber dass wieder keiner denkt, dass es Juli war, weißt du? Da du rennt genau an Juli vorbei, redet auch mit ihr gerade, fällt um so. Boah, bei dem Baby, da musste ich aber ganz schnell reagieren. Ich muss mir sicher freuen. Ja. Aber das sah geil aus, wie Nils das Baby ins Gesicht bekommt und einfach weg war. Hatte ich dich nicht getroffen, Nephi, mit dem Boxer? Nee. Ah, okay, weil ich habe am Anfang ja gesagt, wenn ich es wert, boxe ich Nephi und habe ich eigentlich auch, dachte ich, und ich habe mich schon gewundert, warum du nicht reagiert. Nein. Das ist gruselig hier, ich bin mal wieder weg. Kannst du noch hunderter Tätigen? Hallo, Juli. Hallo. Jetzt boxe ich Nils. Nein. Boxt Juli. Darf ich Nils boxen, Konrad? Nein. Das macht doch keinen Sinn. Nein, das gibt Minuskarme. Warte, warte, ich boxe Fisk. Werde verfolgt. Ey, Gowart, wirklich. Maximilian. Nephi, will ich links klicken. Tau, Tau ist da, Tau, Tau ist ne Ho, Ho, Ho. Hey, Moment. Der hat einen Dead Ring angemacht. Was? Ich war bei Max Nissen. Hast du das nicht gehört, Maxi? Irgendwer unter uns hat einen Dead Ring angemacht. Ja, da war Dalu. Ich hab's gehabt gehabt. Ich war auf dem... Nephi, guck mal her. Oh, Dalu. Aber wir standen auf dem Dach und unter uns hat jemand einen Dead Ring angemacht. Sollen wir einen Dolfen? Oh, da ging's doch auf dem Spielplatz. Ja, ich war noch mal auf dem Dach gewesen mit Tau, Tau. Und dann wurde Dead Ring aktiviert. Dead Ringertest jetzt. Wer war da, Maxi? Maxi, wer war da alles bei dir? Ich, Tau. Ja, mach doch einen Dead Ringertest jetzt. Der hat einen halt wieder deaktiviert, das wissen wir doch alle. Ja, mach trotzdem. Dead Ringertest. Der ist weggelaufen. Er versteckt sich. Oh, Maxi ist es. Maxi ist es, Leute. Dead Ringertest. Ja, der ist schon schon unsichtbar. Das ist ja schon unsichtbar. Grants, wen musst du jetzt abschießen? Oh, der Dead Ringertest auch so ganz wurde angegangen. PENG! Kann sein, dass du einfach einen Knopf drücken kannst und dass er gar kein Dead Ringer ist? Dalu, Dalu. Fisk. Fisk schießt und Maxi guckt nur zu. Dalu ist ein Dead Ringer. Irgendwas passiert da oben. Jetzt ist er tot, oder? Der ist hier oben drin. Der ist nicht tot. Der ist immer noch am Leben. Grants. Hast du den weggeboxt? Ja, musste ich. Oh, was? Toto! Baby überlegt! Anti-Baby-Pille oder so. Ja, wir haben mal zu da. Log an mir vorbei. In welchem Haus sind die denn, Leute? Wir sind schon wieder weg. Nils, machst du auch mal was? Also, wer ist jetzt Grants und Fisk, oder? Ja, Fisk, Grants und Nils. Dalu ist tot! Kundran hat ihn erledigt! Hehehe, denkt der, ey. Jetzt muss ich mich wieder heilen, oder wie? Ja, ich mich... Wartet mal, Leute. Wartet mal. Mach's für mich auf. Wir können's auch zusammen heilen. Mal sparsamer umgehen. Hier, Leute, für euch! Wow, lauft! Er rastet voll auf! Wuhuuu! 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 Tut zu. Tut zu. Alles gut, alles gut. Max nissen noch. Ja, warte, warte, warte. Ich hab... Du wirst, weil's er nen Fate hat, würdest du auch sterben. Nein, komm mal wieder her, komm mal wieder her. Ich trink grad, Nils. Hast du, wo der Bangle ist? Boah, ist... Erstmal kannst du die Klappe halten. Scheiße! So. Das war erfrischend. Prost! Ich mach da einfach den Nose-Cope jetzt. Was die Leute nicht wussten, ich erwarte Zwillinge. Du wirst schon, dass es nen Untergrundstück bleibt, ne? Kack und Buh? Goro und Bai. Schon wieder ist Maxi der Letzt. Der Goro, Bai. Ah, so n... Was haben die eigentlich für grundsätzliche Boxen hier, ey? Wo kämpft er? Er ist schon wieder... Er ist in dem Haus. In dem Haus. In dem Haus oben. In dem Haus, aha. In einem Haus. Das war's mit dem Nose-Cope. Der war fast dran! Pfff! Fast dran, ey! Genauso wie der Friendship fast auf mich ging, ja? Ist er da oben, oder wie? Warte mal. Ja, warte... Der ist... Hinter! Tür, Tür, Tür! Ich hab noch zwei. Kein Problem für mich, Nils. No-Scope, Nils! Nein! Lass mich rein! No-Scope. Go, Maxi! Go, Maxi! Go, Maxi! Los, Maxi, mach das! Ich hab ja nur noch zwei, ist das Problem leider. Kein... Kein Druck, Maxi! Aber du musst die Runde holen. Ja, ja. Hast schon. Ich kann ihn auch eben abbahnen. Soll ich? Nice one! Nice! Noobs! Das Baby... Grandsons Baby flog an mir direkt vorbei. Ah, okay! Vorbeigesegelt! Ich hab ja den Detective getötet und hatte ne Märtyrer. Ich musste mich auch enttarnen, ey! Und ich bin auch am Fade gestorben und die Märtyrer ist halt hochgegangen. Das war dein Dead Ringer oder Grandson? Dann ist gut. Ne, ne, ich hab gar keinen. Ne, ne, das war DALUS, das war schon DALUS. Ich hatte keinen Dead Ringer. Ich auch nicht. No, du hast ihn auch nicht. Ja, ey. Nö, du... Boah, das hat für dich keiner DALUS. Ich kauf den nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Die größten... Die größten Lingen werden immer bei TTRG erzählt hier. Das ist unglaublich. Ich kauf den aber wirklich nicht. Ne, dass du ihn kaufst nicht, ist klar. Du kaufst immer Babys. On Mars. Jetzt kauft Grands doch den Dead Ringer. Einfach nur weil... Grands hat so ein Babymensch. Aber warum er den Dead Ringer alle nicht so geil findet, ey. Der Dead Ringer ist das beste Item. Ja, aber der macht's einfach zu leicht. Ich hab den auch ganz oft. Wenn man... Ja, aber du bist ja relativ schlecht. Oh, du stirbst. Ja eben. Das gleicht sich dann wieder aus. Ey, wer will die Stadt dahinten verlassen? Fang die Mikrowelle! Oh Gott, die kann man nicht so gut werden. Natürlich wahr. Aber DALU ist jetzt erstmal frei zum Abschluss morgen. Maxi McFly auch? Ey, Leute. Wir sind in einem Team. Wir sind in einem Team. Wir sind in einem Team. Ich hab' ich schon mal anders gesehen. Was hast du, Chao, Chao? Ich leugne gar nichts. Oh mein Gott, die Speer, da muss man noch ein bisschen trainieren. Die sind in der Mikrowelle rum, müsst ihr aufpassen, ey. Goro, du hast aber nichts gesehen, hä? Am Arsch. Goro? Ja? Was willst du haben? Am Arsch. Ach, schon mal auf die Uhr geguckt? Was? Oh, nice. Oh, Goro! Goro, warte, ich geb' dir was. Goro. Das war fail. Wow. Nice. Oh, ich kann's gar nicht aufpassen. Silence, Sniper auf Nephi. Ich hab' da jetzt extra Geld ausgegeben. Den musst du wieder mitnehmen. Leute, wenn ich jetzt von der AWP getroffen werde, ist das Nephi. Achtung, McFly hat nix gesehen. Den schieß ich abwärts. Das darf nicht. Ich will nicht sagen, aber ich glaub' wir haben einen korrupten Bullen unter uns. Was? Ja? Was kniest du hier so rum? Ich wollte hier um die Ecke gucken. Ja, indem du kniest. Dalu, am Ende werde ich dann Kill in die Konsole eingeben, okay? Das musst du immer bringen als Detective. Du redest mit jemandem, stehst neben mir und drückst Kill. Au! Die Mikrowellte. Es wurde angeschossen. Ja, random vor allem. Wird's nicht angeschossen, du wirst die Mikrowellte. Random. Random von Fisk, Leute. So, das hat er jetzt davon. Und der ging fast auf mich, Leute. Das war also ... Ich hab Maxi getötet, weil er hat ihn gemacht. Ich hab Maxi erledigt, Leute. Er hat den Friendship gezählt. Er üpft auch noch fröhlich rein. Ich hab Musik gehört. Musik gehört? Also, das mit Maxi ist so eine Geschichte, Leute. Das hab ich nicht gewusst, dass der Traitor ist. Das hab ich nicht gewusst. Und du hast ja gesehen, wen getötet hat, Goro. Ich bin safe. Oh, guck mal, der liegt da wie so ein ... Dalu, 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 in einem Haus. Nee, nee, nee. In dem Haus. Nee, nee, nee. In dem Haus. In dem Haus, Leute. Nee, also Dalu kann das nicht sein. Dalu hat's doch eben mit ... Wo geht's denn grad ab? Dalu hat doch eben mit Goro geredet. Da kann's doch gar nicht sein. Wo geht's denn ab? Dalu kann's nicht sein, Leute. Hab ich was verpasst? Ah! Hey, und Kunran hat nicht geschossen! Nein, 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 nein! Juli, es ist doch Kunran und ... Ja, ja. Wir sehens doch. Lasst mich durch! Oh, ich wollt boxen. Ich wollt grad mich an Tautau vom Ball schlängeln. Sorry. Ich hab nicht ... Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Oh, den Hut runtergeschossen. Haha. Was ist hier passiert? Warum konntest du den Fletcher eigentlich auch sammeln, Goro? Weil ich ein Item schon gekauft habe. Absolut. Aber siehst du da, Lud, ich sag nur im Haus, und alle kommen sofort ins richtige Haus. Aber das wollt grad sagen, es kamen wirklich alle direkt ins Haus rein. Ja, weil das doch dein Haus ist, Nils. Und ich möchte mir ... Ich möchte die Korruption von mir weisen erst. Hahaha. Ja, und hast du schon mal einen Bullen gehört, der gesagt hat, ja, ich geb zu, dass ich korrupt bin? Also ... Ne? Das Geld war in einer schwarzen Schatulung, da stand FIFA drauf. Kann nicht ... Die standen einfach so rum, ich hab's einfach mitgenommen. Das kann kein Schniergeld gewesen sein. Du solltest doch nicht erzählen, dass ich deswegen immer 6-2 gewinne. Goro hat bestochen, damit er auf dem Cover vom nächsten Mal war. Wenn's richtig auffällig ist, und nicht so auffällig wäre. Gerade eben? Ja, jetzt gerade. Oh, ich hatte so Glück. Ey, wer Sniper denn da? Da! Da oben ist einer. Ich bin's nicht. Ich glaub, es war Craps. Ich bin's nicht. Craps ist gar nicht da. 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 Craps. Wieso rennst du hier? Pssst. Maxi. Hier war keiner. Ey, Nils hat grad den Deadbringer angemacht, Leute. Nils hat grad den Deadbringer angemacht. Das hat er. McFly. Was schleichst du hier rum? Wuuu. Los, los, los. Schleichen würde ich jetzt nicht an den Out-Auto aufgeben. Er hat ihn ausgemacht. Ich muss vom Cover weggehen. Oder er hat ihn ausgemacht. Ich hab's aber hier gehört. Es war der O-Sound. Es ist sowas von Nils. Leute, ey, ich knall ihn jetzt einfach ab. Du jetzt. Ey, wer ist auf dem Spielplatz? Du. Hast du dich vernetzt, Julie? Soll ich pushen? Nein, nein. Ich kann schon alleine rutschen. Ja, wegen dem Deadbringer, den ich nicht hab, oder was? Aber, Grant, was ich kacke find, hier. Du hast die Leiter kaputt gemacht. Der lief dir doch hinterherkommt. Das glaub ich aber auch. Ja, weil ich zu dick bin. Die ist einfach schuldig. Ey, Nefi, auf wen schießt du denn hier schon wieder? Auf die Bäume hier. Das ist cool, gell? Ja, auf die Bäume. Auf die Bäume. Hey, jetzt ist es! Du Sausack! Wo, wo, wo? Hab ihn! Der hat einfach Julie ermordet, nur weil sie hier gerutscht ist. Toll, Nils. Die tankt es. Hat sie ihn dabei gehabt? Ja, gib mal her, den Deadbringer. Moment, äh, McFly hat gesagt Toll, Nils. Ist McFly Dete? Nein. Ja, doch. Ich hab den Deadbringer von Nils. Ja, ja. Ja, ja. Ey, Deadbringer! Ey, Deadbringer! Du, du, du. Warum hat McFly Toll, Nils gesagt? Weil er, weil er es mitten in der Masse ausgerastet ist. Und ziemlich doof war. Er wusste, dass wir ihn haben, ja. Ach, was? Guck mal, der Schneemann hat einen neuen Kopf, Leute. Gesundheit. Hallo! Hi, das war hässlich. Kannst du mal einen neuen drauf machen? Ey, das ist Julie! Wer hat das gesagt? Das ist Julie! Hat er gesagt, wie hässlich? Ja. Hallo, Nils, was machen sie hier? Ey, Maxi. Wo ist Maxi? Maxi steht auch auf kleine Knaben, ey. Wo ist er hin? Du musst ihn noch gesehen haben, Tata. Ja, ich bin. Ja, er ist so. Ja, ja, ja. Ich hab gleich mitgegeben, wie das hier war. Ja! Arsch. Hallo! Was hast du denn getan? Auf Reddit gelesen? Das fehlt sein Job. Maxi hat auf jeden Fall Julie beleidigt. Ja, und? Echt? Ja. Kann man das nicht mehr? Kann man das nicht mehr? Was? Ne. Was hab ich? Ne, ne, leider nicht. Ne, ne, ne. Wieso für Nefi? Wieso für Nefi? Ne, ne. Das war Grintz, hat dich angeschlossen. Das war McFly. Da ist er. Grintz hat dich angeschlossen. Habe ihn. Au! Ja, hast jetzt davon. Arschloch. Ey, das muss ich mir nicht bieten lassen. Er hat Arschloch gesagt. Ich hab mich angeschossen. Affe heißt das. Affe. Ey, du Affe. Ebenloser Bastard hab ich gesagt. Ebenloser Bastard, ey. Ebenloser Bastard, ey. Cheater haben sie mich genannt. Wer hat das denn gesagt? Tau Tau. Alter, Maxi hat meine Identität geklaut. Ja. Haben wir nicht mehr das Eintritt. Ich lauf als Grants rum. Wir müssen unbedingt Grants erschießen. Wann? Was ich gesagt? Hallo. Du hast es in der Antisierfolge gesagt. Ebenloser Bastard. Das hast du zu mir gesagt. Weil ich wollte eher nicht einen Faustkampf haben, aber dann hab ich die Waffe gezogen. Weil ein edlenloser Bastard war. Ey, da hat jemand den Dead Ringer da hinten. Entweder Nefi oder Dalu. Ich bin doch... Dead Ringer-Test an Dalu. Nein. Aber nein. Ich glaub Dalu hat den Dead Ringer. Ist aus. Ist aus. Normalerweise würde ich ja sagen Kunran ist es. Aber naja. Der ist halt irgendwie blau. Alter Leute. Hier lag... Irgendjemand hat versucht wen mit der... Hier, wie heißt das noch? Mit der Harpune. Wer macht sowas immer? Ich. Dalu macht sowas immer. Ich macht mittlerweile auch. Kunran macht auch. Ja, ich mach auch. Ihr steckte grad ne Harpune in der Wand. In diesem Haus hier. Ich bin's, ne? Ja, aber du hast keine Beweise. Ne, hab ich nicht leider, ja. Grants hat da ne Harpune in die Wand geworfen. Hey! Was ist Grants? Ne, für der hat er geschossen. Ja, auf Dalu. Aber der ist doch hier. Da rennt er doch. Er hat doch den Dead Ringer. Warte. Was sollt ihr das? Ihr Banger. Aber er ist nicht rot jetzt, Leute. Sonst wäre er jetzt rot, wenn er wieder beliebt wird. Geh da rein, Goro. Ich will nicht da rein. Da ist Dalu drin, oder? Dalu würde jetzt... Dalu würde jetzt rot angezeigt, wenn der Traitor wäre. Hier oben, hier. Nefi ist es. Der ist ein Dead Ringer. Ich weiß, wer das ist. Wo ist Nefi fest? Hier oben, ey. Das Schrecken ist immer noch auf dem Dach oben. Ist er nicht aus der Dachluge gehüpft? Irgendwie wurde er da oben getötet. Stirb. Das Monster. Goro geht auch hoch, Leute. Ja, jetzt bin ich auch das Monster. Ist er jetzt auch hochgegangen? Hey, warte mal. Was soll die Scheiße, Goro? Hast du ja gut gemacht für Nefi, ey. Du bist ja ein richtiger Pro. Tschüss.